Musik Und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Destiny Exe Projekt Ja, wir sind im Neta noch Drinnen Was wir suchen ist Irgendwas, was auf der Karte angezeigt wird Aber ich weiß nicht genau was Was es da stellen soll Ich warte, wie gesagt, auf den richtigen Moment Wenn ich weiß, was es ist Huh Ah Wir sind oben auf Bedwalk Das sind diese berühmten Dinger Das ist kein Bug von Hexit Das ist auch kein Problem vom Server Das ist Hexit Ähm, Hexit Bin nämlich schon gewundert, was es ist Hä, ne, kann auch nicht sein Oder? Doch, doch, doch Ähm Da oben ist eine obere Fläche Und die scheint, ähm Durch das Bedwalk Da ist ja kein Bedwalk drinnen Wo man sonst drauf schoßen würde Wenn man in Normal Survival Mein Kampf spielt Jetzt ist das Problem Durch dieses Gebilde ist Halt Bedwalk weg Und es zeigt sich auf der Minimap Rot Mit einem Chunk geladen Äh, schwarzen Summa rum an Und das ist immer das Was da ist Portions Alive So, na komm Geh einfach drauf spielen Dann ist es sinnvoller für dich Und für euch anderen Gebt mir einfach nicht auf den Keks So schnell macht man das Leben Mit den Zombies Ach, mit den Spinnen Ganz einfach Was gab's Ender, Knockback, Smite Geil Immer brauchbar So, wir sollten wieder zurück Gut, ne Festung ist jetzt hier nirgends von der Nähe Schade eigentlich Ein Purple Chocobo Auch nicht gefunden Noch nicht Würde ich mal so behaupten Da vorne ist eine riesen Ebene Da weiß ich auch, dass ich da hin muss Die kommen leider nicht Ja gut, man könnte fliegen mit dem Electric Stuff Aber Äh, hoffe einfach auf das Glück Dass ich einfach nicht runterfalle Weil das wäre natürlich ärgerlich jetzt Weil es geht Bloß Haare Und große Zwar ich habe jetzt nicht Aber Immerhin hab ich was Oh, ich hab die Sortierungstaste gedrückt Nice Naja, egal Den passenden Lavasee Beziehungsweise den passenden Untergrund Vom Lavasee Wo ich hingehen kann Hab ich auch noch nicht Ah, nein Meine Güte, hier Geht doch einfach mal drauf Das heißt nicht, für euch Spinnen Ein bisschen einfacher Einfach mal zu sterben Wie viele Punkte willst du noch ausspucken hier? Oder kommen wir hier im passenden Moment runter? Ne Warte mal, Queen Ball Mitnehmen Oder zeigt sich da Ein kleiner Punkt Hoffnung Dass ich da irgendwo Label abschöpfen kann Ahan Ah, der zeigt sich Nein Geilumatico Schmeißt du gleich alles weg Toll Wie viele Eimer habe ich jetzt gerettet? Drei Eins, zwei, drei Neune Zehn, elfe Ja, zwei Und waren es jetzt zwölf Oder dreizehn Naja, elfe habe ich wieder Neue Okay Ja, okay Achso, Soul Sand Wollte ich noch etwas mitnehmen Nitro Keeper Äh, Nitro Keeper explodieren Verdammt schnell Muss ich dazu raus sagen So Immer schön aufpassen Reicht das? Ach komm, wir nehmen nochmal hier eine Fuhre mit Die wollte ich jetzt nicht hauen Ah Hau da einfach ab Mit einer kleinen Meute hier Lalalala So Und das nächste Wo ist denn eigentlich das Portal? Da hinten ist es Ah Brenn, 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 Brenn Burn, Burn, Burn Motherfucker, Burn Burn So eine kleine Anlaufstelle Und Ah Geil So, da nehmen wir auch mit noch Zu Noten Dann gehen wir jetzt gleich wieder raus Wird nämlich direkt gleich weiter gemacht Klack, raus da aus dem Netter Rein, wieder ins Leben Es hält Nein, nein, nein Nicht wieder zurück Eins, zwei, drei, vier Alles öffnen hier Äh, Glowstone Brauchen wir gleich Und Diamanten und was? Zwei Diamanten Hä? Da brauche ich ein paar mehr 19 Stück ist okay Finde ich jetzt nicht übel Warte mal, was ist gleich wieder so Zack, zack, zack In der Mitte Plump Wie die Strauße Eigentlich wie die Geier Sitzen sie hier drum Zack, nächster Zack, in der Mitte Dam, dam, dam Bumm In der Mitte Plack, plack, plack Und Bam In wie viel haben wir jetzt? Vier Kommt man damit aus? Joa Oh, sollt man damit auskommen? Oh, ne, ne, ne Kein Lizard, Mann Ihn wegpacken Oh, so Lizard Und ne Blazewort Ne Blazewort ist unten Huch, huch, huch Schnell da unten Schnell da unten Ich komme Geh einfach drauf Danke Into the Fireblaze Hard Kann man irgendwas mitmachen? Nein, kann man gar nix Toppt auf jeden Fall alles So, was ist jetzt runtergekommen hier? Ein Blaze Ein Blaze Ah, der andere ist in mein Schwert Ah, der andere ist in mein Schwert mit rein Das Ding, die ich da auf überschrieben wird Das, Alter Dass ich einen Kill hier drauf kriege Die nächsten kommen schon wieder Spider kommen auch Können wir gleich mal ein bisschen invent Touring machen hier Und ich nehme mal gleich einen zweiten mit raus Ah, komm, schweiß wir ihn weg No, 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 no Nehmen wir erst einen Spinnenangriff Da tun wir mal eben Dies mit dem weg hier So Dann Spider mit einem Kill hier drauf Und jetzt Den weg Da brauche ich noch einen Richtig Hier mit einem Kill Und Jetzt kommt noch ein neuer Dafür brauche ich den hier Null Tier Null Der zweite geht aufs Konto von dem Und dann geht noch einer drauf Zack Fertig Lassen wir ihn spawnen da unten Ist gut Ah, jetzt kommt noch mehr runtergefallen Ist klar Dass ich nämlich vorhabe Das ist jetzt gerade mal eben spawrend Mir Zu schauen Ob das denn funktioniert Soulshot Spider Das andere habe ich jetzt leider nicht Ey, ist einfach nur zu viel los Das sind die Nase, ja ne Klasse So komische Geräusche machen So Tearspider 1 Plus Äh, wo habe ich den denn Ist der da drunter? Ne, hier ist der Blaze Den können wir auch mal eben nehmen Funktioniert es immer noch Nein, es funktioniert nicht Schade Kann man die so zusammen Craften Mist Also kann er doppelt machen können Schade Und so kommt der Blaze hier rein Der 10er kommt da rein Der wird Aufbewahrt Ist der mit dem Er hat ihn getauscht Und hier ist noch ein Spider 1 drin Okay Spider 1 Machen wir da rein Einfach ein Soul Shard Das soll man schon hinkriegen Sonst könnte man die immer Bei Tier 1 Konnte man die immer noch Schon gut zusammen craften Vielleicht müssen wir auch Tier 1, Tier 1 haben Auch möglich Machen wir erstmal Das machen wir jetzt erstmal Burn, burn, burn D-d-d-d-d-d D-d-d-d Das haben wir 4, 11 Wenn es weitergeht Können wir auf jeden Fall Bald Spawner machen Jetzt kann er weiter spawnen Hab ich nix dagegen Gut Dann sollten wir Eigentlich bald Das Lager richten Schaufeln Schaufeln, Hand nehmen Und Lager richten Wäre eigentlich so Die Nächste Verhobene Kategorie Jetzt müsste auch Wieder ganz viel Müll weg Sehe ich gerade Hier sowas Hier Was soll ich damit alles Das kann ich doch nicht Alles im Moment Verhalten hier Schmeiß weg Oder tu es irgendwo Reinschmeißen Meinetwegen Hier ist nichts drin Aber hier sowas Wo soll ich damit hin Gut ja Die Eimer stacken sich gleich Aber der Rest I don't know Der Rest wird jetzt Irgendwo hier drin Vergammeln Ich weiß es Ich kann es Eigentlich nicht sagen Das kommt weg Nächste Truhe voll Nächste Truhe voll Gut Die Eimer Die kann ich jetzt hier Mal eben Ne Die Eimer Mach mal so Machen wir sie alle in einem Ecke drin Rein mit da Rein mit So dann haben wir Was haben wir jetzt hier drinnen Blaze Sehr gut So Skelette werde ich weniger treffen Spinnen treffe ich immer Häufiger Zur Not sind ja auch noch hier Monster Wenn ich jetzt sage Wir machen hier unten runter ein Lagerhaus Dann wäre es natürlich Eigentlich Doch wäre clever Doch 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 Das ist gut Er wäre eigentlich Ich dachte er wäre erst ein blöder Gedanke Doch das ist eigentlich ganz gut gemacht Hier unten runter Einfach runter gehen Fertig sind wir doch da Dann schalten wir immer clever Und dann ja durchrasen Wie viele sind unten drin Ah da geht man alle runter Geht man alle runter Und dann können wir die eine Seite noch mit Glas auskleiden Und dann können wir von da auf Auch immer da reingucken Wie weit die Kerle doch so sind Ja drunten telten wir Erze Doch das wird auf jeden Fall geil aussehen Können wir die zweite Reihe auch noch hier Können wir rein Schön mal ein bisschen Sensern auskleiden So den Weg Ah wird geil aussehen So das braucht man ruhig weiter da unten Da gehen wir erstmal eben kurz noch eine Runde Schlachten Und dann beende ich auch sozusagen die Aufnahme Muss ich da noch irgendwann beenden Dann wird das noch ein bisschen anders gemacht hier Dass ich nicht immer ganz da unten hin muss Yay Burn 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 Komm her Komm her Geh ab Geil Slick touch auch noch ein Komm das Buch kann das mehr rein Nice Gefällt mir so Und hier oben würde ich sagen Mach mal nach einer Fresspatrouille Nam 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 Gehe ich leider auch aus Und würde sagen Sehen wir uns dann in der nächsten Folge Bis dahin Euer FlashdoterP Und tschüss Tschüss